Hey und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und zwar habe ich heute, wie mein vorletztes Video auch, ein Video über das Thema Zahnspangen. Ich denke mal, du hast auch eine Zahnspange und guckst deshalb das Video oder bekommst bald eine oder hattest auch mal eine Zahnspange. Ich hatte schon mal eine Zahnspange, musste jetzt leider nochmal eine haben, weil es nach meinem alten Kiefer-Europäden ein paar Probleme gab und deshalb musste ich sogar auch operiert werden. Also mir wurde der Kiefer gebrochen. Dazu aber in einem anderen Video mehr, was ich dir hier oben verlinken kann oder dort oben. Da habe ich darüber nochmal ausführlich berichtet, denn darum soll es heute gar nicht gehen. Ich bin kein Kieferorthopäde oder habe sonstiges irgendwas mit Medizin studiert, aber ich war längere Zeit im Krankenhaus auf der Kieferchirurgie-Abteilung und hatte mit vielen Kieferorthopäden zu tun und vielen Kieferchirurgen. Also hat man doch schon irgendwie was mitbekommen und hat was gelernt, würde ich mal sagen. Unfreiwillig leider. Ich hätte auch lieber gerne zu Hause rumgesessen und keine Ahnung, Netflix zu gucken, statt im Krankenhaus zu liegen. Aber ja, daher kann ich jetzt das Video machen, dachte ich mir. Es würde mich übrigens sehr freuen, wenn du mich kostenlos abonnieren würdest. Einmal auf den Abonnieren-Button drücken, dann bist du ein Abonnent von meinem Kanal. Ich lade zweimal in der Woche ein Video hoch und würde mich dementsprechend freuen, wenn du auch öfter mal ein Video von mir schauen würdest. Kommen wir jetzt zum ersten Tipp. Ich habe gerade schon erzählt, ich hatte schon mal eine Zahnspange und musste jetzt nochmal eine haben, inklusive Operation. Und ich habe mich damals auf die Meinung von anderen Leuten verlassen, die meinten, hey, das ist ein richtig guter Kieferorthopäde, geh da auf jeden Fall hin. Dann war ich da auch und als ich dort war, dachte ich auch, dass die Kieferorthopäden richtig gut wäre und war zufrieden. Aber im Nachhinein, was die anderen Kieferorthopäden und Kieferstöpfungen alle gesagt haben, das war fatal, was sie da getan hat. Also ich möchte da jetzt auch gar nicht so genau drauf eingehen. Aber wenn ihr euch einen Kieferorthopäden aussucht, klar, hört man da auf Bewertungen, weil man denkt, okay, die kenne ich persönlich. Aber ich habe einige Freunde, die auch bei dieser Kieferorthopäden waren und jetzt schon wieder Probleme haben mit ihren Zähnen und ja, deshalb vertraut nicht auf eure Freunde. Auch wenn ihr das gerne bei anderen Sachen machen könnt, ich würde euch nur davon abraten, sondern lieber auf richtig renommierte Auszeichnung und bei den Kieferorthopäden zu achten. Zum Beispiel, ob die irgendwie, also da gibt es so eine Auszeichnung, die haben richtig gute Kieferorthopäden, dass sie halt so Arzt des Jahres sind oder so. Das findet man meistens auf den Internetseiten von den jeweiligen Praxen, weil die natürlich damit auch werben, dass sie halt so gut sind. Und da würde ich auf jeden Fall drauf achten, damit man halt nicht den Fehler macht, den ich auch gemacht habe. Aber da war ich halt noch ein Kind. Ja, und dann kommt der Tag der Tage, man kriegt die feste Zahnspanne. Wir gehen mal vom festen Zahnspannen. Es gibt natürlich lose Zahnspannen, Invisalign und keine Ahnung, was noch für Scheiße. Sorry. Ich hatte zum Beispiel auch so eine Hyrax-Apparatur und da, da, hallo. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr eine ganz normale feste Zahnspanne bekommt, wo man nicht irgendwie jeden Tag den Kiefer weiter aufschrauben muss oder sonstiges. Und zwar hat man dann natürlich die ersten paar Tage, nachdem man sie reinbekommen hat. Oder generell, wenn man einen neuen Bogen bekommt, immer ein bisschen Druck auf den Zähnen. Und man kann natürlich Schmerzmittel nehmen. Das ist natürlich kein Problem, sollte man nur nicht allzu viel machen. Wurde mir damals auch gegeben. Aber ja, man kann natürlich auch versuchen, einfach weiche Speisen zu essen. Viel Kartoffelbrei, Eier kann man sich machen oder halt Joghurt generell geht auch immer gut. Und was auch super ist, fand ich zum Beispiel, Toast. Natürlich ungetoastet, weil es darf nicht hart sein. Und dann tut man da sich so ein bisschen Butter drüber. Ich finde das mega lecker und ich habe eigentlich die ganze Zeit immer die Tage nur Toast gegessen. Generell sollte man mit Zahnspannen ja auch möglichst viel weiche Sachen essen. Ich muss gestehen, ich achte da auch nicht so drauf. Also ich würde niemals in meinem Leben, einfach weil ich das nicht mache, eine Karotte abbeißen oder einen Apfel abbeißen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Karotte oder einen Apfel abgebissen. Das ist echt traurig. Einfach weil ich schon immer so ein paar Problemchen mit meinen Zähnen hatte. Und deshalb, ja, ich denke, ich habe das auch nie so kennengelernt. Von daher, macht das nicht, wenn ihr eine Zahnspange habt, denn dann können euch die Brackets rausbrechen oder der Draht könnte sich lockern und dann auch aus dieser Fassung rausgehen oder generell der Draht könnte sich verschieben und könnte dann in eure Wangen einstechen. Ja, wobei wir schon direkt beim nächsten Problem wären. Und zwar habe ich das sogar im Moment auch, dass mir der Draht in die linke Wange sticht. Und da gibt es eigentlich immer so eine kleine Tüte, die ihr vom Kieferorthopäden bekommt mit Wachs. Den könnt ihr euch dann hinten da dran kleben. Weil mir hält der immer nicht, deshalb nehme ich den halt auch nicht. Und bleibe halt einfach mit den Schmerzen so existent. Aber es gibt halt dieses Wachs, das man sich dahinter tun kann. Und dann bleibt der Schmerz erstmal für ein bisschen weg, bis halt dieses Wachsding abfällt. Und dann würde ich euch auch empfehlen, direkt beim Kieferorthopäden anzurufen und einen Reparaturtermin zu vereinbaren, damit man halt nicht tagelang diese Schmerzen hat, vielleicht sogar wochenlang. Das habe ich hier nämlich im Moment. Also weiter, ruft dann direkt beim Kieferorthopäden an. Generell soll man mit Zahnspangen ja auch wenig zuckerhaltiges essen oder auch generell nichts klebriges. Also klebriges. Also kein Lakritz, kein Karamell, kein Mauern, keine richtig klebrigen Sachen einfach, die halt, klar, es bleiben eh ein Stückchen in den Zähnen hängen beim Essen. Das ist leider nicht vermeidbar, aber man darf halt nicht so klebrige Sachen essen, die sich da halt wirklich zwischensetzen. Ich meine, gut zuckerhaltige Sachen esse ich auch sehr viele, muss ich gestehen. Ich liebe die Snusat-Creme, also ja, da bin ich jetzt auch der fette Ansprechpartner für. Aber generell ist das halt nicht gut, weil dann bleibt der Zucker halt auch dazwischen hängen und das ist schlecht für die Zähne. Zuckers dann recht schlecht für die Zähne, aber ich kann nicht drauf verzichten. Und ich weiß, wie nervig es ist, aber achtet auf eure Zahnpflege ohne Spaß. Es ist so nervig, wenn man da noch auf den Zähnen, also nachdem die Spange rausgekommen ist, so weiße Stellen auf den Zähnen hat. Es gibt extra solche Zahnbürsten für Leute mit Zahnspange, die sind halt nicht so komplett mit Borsten ausgestattet, sondern haben in der Mitte so einen kleinen Zwischenraum, wo man halt mit den Brackets so ideal lang gehen kann, so wie man mir das damals erklärt. Und nach dem Zähneputzen mit der richtigen Zahnbürste nimmt man natürlich noch diese kleine Borste, die ihr, glaube ich, auch kennt, und geht dann in jeden einzelnen Zwischenraum rein und macht den sauber. Und danach nimmt man noch eine Mundspülung. Und generell dauert Zähneputzen einfach so lange, als würde man eine komplette Duschroutine machen. Aber ja, man will ja trotzdem schöne Zähne auch danach haben. Es ist ja nicht nur so, dass sie dann gerade sein sollen, sondern sie sollen ja auch schön sein, schön weiß, schön, nicht fleckig oder so. Ja, das ist ja normalerweise das Ziel. Und noch ein Tipp, den ich für euch habe. Ich weiß, das ist auch wirklich unnormal nervig, wenn man diese Gummis hat. Man fühlt sich echt dumm, man kann schlechter sprechen. Man hat diese Gummis, die man halt auch sieht, also andere Leute sehen die auch. Man fühlt sich unwohl damit und generell denkt man, dass man eigentlich nur angestarrt wird wegen diesen Gummis, die halt in deinem Mund rumhängen und die sind halt echt nervig. Aber vergesst sie nicht. Gebt darauf acht, dass ihr die immer nehmt und dass ihr die reinmacht, denn bis zu schneller seid ihr damit fertig. Und ich weiß, ich weiß genau, wie ihr euch damit fühlt, wirklich. Ich hatte die auch. Denkt dran, ihr habt ein bisschen vor Augen, schöne Zähne und ja, dafür habt ihr das Ganze ja schließlich angefangen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch am meisten an eurer Zahnspange aufregt oder generell, was euch an der Zahnspange am meisten aufgeregt hat. Ich beantworte eure Kommentare immer richtig gerne und lese die mir super gerne durch. Das war es jetzt, wie gesagt, auch mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen. Wie gesagt, ich habe auch nur selbst eine Zahnspange und kann von mir selbst so Sachen berichten, wie ich das so erlebt habe. Und habe natürlich auch mit anderen darüber geredet, was die so von ihrer Zahnspange halten und ob die generell nochmal eine Zahnspange haben würden oder nicht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Wie schon am Anfang des Videos gesagt, drehe ich zweimal in der Woche ein Video und würde mich freuen, wenn ihr öfter hier vorbeischaut. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!